Hallo bei Testerlein. Heute möchte ich euch einen Kindersitz vorstellen, der ohne Werkzeug an fast jedem Fahrrad und E-Bike angebracht werden kann. Er bietet nicht nur Sicherheit und Komfort, sondern bringt auch eine Menge Spaß für die Kinder. Indem sie vorne sitzen, können sie die Fahrt viel intensiver erleben. Sie haben eine bessere Sicht auf die Umgebung und können einfacher mit euch sprechen. Kinder lieben es und wollen kaum absteigen, weil es wie Karussellfahren für sie ist. Die Eltern haben ihre Kinder dabei jederzeit im Blick und können sicherstellen, dass es ihnen gut geht. Geeignet ist dieser Fahrradsitz von der Firma Urrider für Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren und einem Gewicht bis zu 30 Kilogramm. Die Fußstützen und Fußlaschen können bis zu einer Körpergröße von 1,20 Meter eingestellt werden. Die Montage des Kindersitzes ist kinderleicht und dauert ca. eine Minute, da alles mit Schnellspanngriffen und ähnlichen befestigt wird. Dank seines geringen Gewichts von nur 1,3 Kilogramm ist das aus Aluminium bestehende Gerüst mit Sattel leicht und dennoch äußerst robust. Es kann einfach zusammengefaltet werden und ist zudem rostfrei. Die Maße könnt ihr hier hoffentlich gut erkennen. Falls nicht, schaut unter dem Video. Da findet ihr einen Link zu diesem Kindersitz. Der Griff ist weich, hat Anti-Rutsch-Streifen und schützt das Kind bei stärkeren Bremsen vor dem Nach-Vorne-Kippen. Durch den hohen Bügel gibt es verschiedene Varianten zum Festhalten. Wodurch ein angenehmes Aufricht-Sitzen möglich ist. Der hochwertige, weiche, mit Schaumstoff gefüllte Sitz hat Vertiefung und Rillen zur Belüftung und Atmungsaktivität, was die Fahrt bequemer macht. Verwendet werden kann der Kindersitz mit allen Fahrrädern und E-Bikes, die eine Rahmdicke von 5,5 cm nicht überschreiten. Die hintere Montierung an der Sattelstange darf bis zu einem Durchmesser von 3,5 cm betragen. Sie wird durch einen Klemmscharnier befestigt. Das Demontieren und Zusammenklappen dauert nur 30 Sekunden. Dank einer mitgelieferten Packtasche kann er einfach transportiert werden. Diese Fahrradsitzart, bei der Kinder das Gefühl haben, selber zu fahren, ist nicht ganz neu, aber wurde durch Kundenrezession komplett überdacht und neu entwickelt. Ein kleiner Nachteil, den ich erwähnen möchte, ist, dass ihr etwas breitbeiniger fahren müsst. Dies ist bei Frontsitzen aber nicht anders möglich. Doch wenn man bedenkt, wie viel Spaß und Freude er euren Kindern bietet und wie viel einfacher es ist, sie während der Fahrt im Auge zu behalten, ist dieser kleine Kompromiss es definitiv wert. Bisherige Käufer berichten, dass man sich schnell daran gewöhnt. Schaut euch auch meine anderen Videos an, in denen ich meist hochwertige Produkte vergleiche und erkläre, worauf es beim Kauf ankommt.